Meine Damen und Herren, es ist ein Wunder passiert. Vitali hat endlich gelernt, wie man bügelt Händen. Hallo, willkommen auf Innaallen. Ich bin total von den Socken. Vitali hat endlich gelernt, wie man bügelt Händen. Nach 30 Jahren er. Gestern, er hat Rasen gemäht. Und er hat geschafft, nicht mal Tulpen umzufahren. Ich habe einen ganz neuen Mann zu Hause. Aber in meinem Horoskop stand, ich werde kennenlernen neue Menschen. So, vielleicht Vitali ist ein neuer Mensch geworden. Jedenfalls ist Lustiges passiert. Herr Müller, unser Nachbar, hat eine neue Rasensprengelanlage gekauft. Aber ist noch nicht richtig eingestellt. Vitali mäht also Rasen. Er macht das bei schönem Wetter immer oberkörperfrei. Mit Bierwand ist es sehr sexy. Und plötzlich geht Sprengelanlage los. Vitali ist komplett nass geworden. Hab ich nach 30 Jahren Ehe. Endlich wieder vor dem Mann. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen von unserer Familie, dann drücken Sie auf den Daumen nach oben. Und abonniere Sie den Kanal von Mia Island. Und Krell Müller hat neue Freundin. So dünn ist sie. Wie soll ich solche Hüften? Ich habe das Gefühl, Männer wollen immer dünne Frauen. Traumfrauen. Da noch Kitt mit dieser Frau. Weil solche Hüften? Wo soll da noch Kitt hin? Ist logistische Fällinvestition, würde ich sagen. Vergessen Sie nicht auf Glocke zu drücken, damit Sie keine Minute mit mir verpassen. Gerne könnt ihr auch auf Instagram vorbeigucken. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Aber in meinem Horoskop stand. Ich werde kennenlernen. Russisch, nichts anderes. Was das jetzt besser?